Die Psoriasis, zu Deutsch Schuppenflechte, ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die ungefähr zwei bis drei Prozent der Menschen in Deutschland betrifft und sich durch das Vorhandensein von rötlich-silbrig-schuppenden Plaques an der Haut auszeichnet. Die Erkrankung geht mit einer hohen psychischen Belastung für die betroffenen Patientinnen und Patienten einher und wird stark von psychischen Faktoren beeinflusst. Wir wissen mittlerweile aus vielen Experimenten und klinischen Studien, dass psychische Prozesse die Entstehung und den Verlauf von Hauterkrankungen, insbesondere chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, beeinflussen können. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir in laufenden Forschungsprojekten, ob und inwieweit Erwartungen von Patientinnen und Patienten bezüglich der Wirkung von medizinischen bzw. pharmakologischen Behandlungen die Symptomatik und den Verlauf von Hauterkrankungen beeinflussen. In den vergangenen Jahren wurde immer mehr zu den engen Wechselwirkungen zwischen der Haut, der Psyche, dem Nervensystem und dem Immunsystem bekannt. Man spricht hier auch von der Hirnhautachse, die bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Psoriasis eine wichtige Rolle spielt. Die Ergebnisse verschiedener Studien deuten darauf hin, dass Erwartungen der Patientinnen und Patienten an eine Therapie, aber auch Lernprozesse die Behandlung von chronisch entzündlichen Erkrankungen wie der Psoriasis durch mögliche Dosisreduktionen optimieren könnten. Vor einigen Jahren konnte beispielsweise erstmalig gezeigt werden, dass bei Patienten mit Psoriasis, die mit einer kortisonhaltigen Creme behandelt wurde, trotz dazwischenliegender Placebo-Behandlung die Wirksamkeit der Medikamente aufrechterhalten werden konnte, während gleichzeitig aber die erforderliche Kortisonendosis reduziert werden konnte. Die Betrachtung der langfristigen Medikamenteneinnahme als Lernprozess im Sinne einer sogenannten placebo-kontrollierten Dosisreduktion stellt einen potenziellen neuen Weg zur Steigerung der Effektivität von Therapien bei gleichzeitiger möglicher Verringerung der Medikamentendosierung dar, was weniger unerwünschte Wirkungen und geringere Behandlungskosten zufolge haben könnte. Ob ähnliche Konzepte zur Einsparung von Medikationen auch mit innerlichen Therapien für die Psoriasis funktionieren, wollen wir mit unseren Forschungsprojekten weiter erforschen. Psoriasis-Patienten werden oftmals jahrelang nur mit äußerlichen Therapien behandelt, die keine ausreichende Wirkung zeigen und verlieren dabei leider dann oftmals den Mut, dass ihnen doch noch gut geholfen werden kann. Als Patientin oder Patient macht es deswegen Sinn, sich an ein Zentrum zu wenden, dass moderne innerliche Therapien, sogenannte systemische Therapien zum Beispiel in Form von Biologika anbietet, die eben deutlich besser helfen als Salben. Trotz der vielleicht langjährigen negativen Erfahrungen macht es als Patientin oder Patient auf jeden Fall Sinn, dass man einfach mit einem gewissen Optimismus dann auch an die neue Therapie herangeht und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es funktioniert.